Das sollten Sie über Wärmepumpen wissen. In Zeiten steigender Energiekosten und wachsendem Umweltbewusstsein suchen immer mehr Menschen nach nachhaltigen und effizienten Heizungslösungen für Ihr Zuhause. Wärmepumpen bieten eine vielversprechende Alternative, die nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch langfristig Kosten einsparen kann. Das sollten Sie über dieses Heizsystem wissen. Was sind Wärmepumpen? Anders als herkömmliche Heizsysteme entzieht eine Wärmepumpe Energie aus der Umwelt, etwa der Erde, der Luft oder dem Grundwasser, und wandelt sie in nutzbare Wärme um. Vorteile von Wärmepumpen Sie sind äußerst energieeffizient und können bis zu 75% der benötigten Heizenergie aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Dadurch sinken die Energiekosten und der CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen erheblich. Zudem sind Wärmepumpen platzsparend, langlebig und benötigen nur wenig Wartung. Nachteile von Wärmepumpen Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen ab. Bei niedrigen Außentemperaturen kann die Leistung beispielsweise abnehmen. Zudem können die Anschaffungskosten für Wärmepumpen zwar hoch sein, Die Investition kann sich aber langfristig durch staatliche Zuschüsse und niedrigere Betriebskosten lohnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017